hallo hier ist der martin von money monkeys das die dax analyse für den mittwoch den 10.01.2024 unser dax hat offenbar jetzt hier platten gehabt da ging erstmal nichts weiter hat den rücklauf angeschoben und wir hatten ja wie eigentlich immer mehrere szenarien durchgesprochen wir hatten über ein positives szenario gesprochen bei dem der dax hätte über eine 820 geben müssen um sich dann hier oben ranzuschieben fehlausbruch zu machen das ist jetzt so nicht eingetreten bleibt aber so gilt ja auch gerade diese geschichte mit dem fehlausbruch ja vergesst das nicht auch wenn ich das jetzt wahrscheinlich heute nicht noch mal so im detail durchkommen werde haben wir gestern schon gemacht bleibt aber bestehen also sollte sich unser dax gut machen und jetzt hier halt wieder einfach zurückdrehen hoch auf die 16 75 68 20 laufen und hier dann auch wie so eine übertreibungsmarke gerade kriegen ähnlich wie das hier gewesen ist und kann ja keine locker hier einfach mal durchrahmen und auch selbst hoch bei 960 überbieten und wenn es bloß mal kurz drüber zocken ist um dann wieder reinzufallen also da wird schon mit rechnen wenn er sich mit dem channel auseinander aus oder auseinandersetzt dass er da auch mal über die kante guckt ansonsten hat man im negativen szenario besprochen wenn er von beginn an runter drückt oder hier direkt gleich scheitert und sich nach unten weg folgt dass er dann wahrscheinlich auf die 650 zurückfällt sich dann dort wieder auftreten versucht hoch zu steigen hat es jetzt hier per per kerzensschutz hat das ganz gut gehalten bekommen untergeordnete im tagesverlauf war es wahrscheinlich ziemlich schwierig für die meisten zu greifen weil er hier wirklich über ja gefühlt acht stunden und die 8 50 rumge über die 650 rumgeeiert ist immer mal ein bisschen tiefer auch so 611 ist so vom überschuss her schon fast ein bisschen unnötig viel denke fast dass das zwar bestimmt für diejenigen die long probiert haben im surplus gereicht hat aber da werden bestimmt auch einige dabei gewesen sein die dann einfach aus unsicherheit irgendwann abgebrochen haben weil es einfach nicht angelaufen ist und es ist auch schlecht angelaufen das muss man ja so sagen es ist ein guter guter support gewesen hier auf den aufgesetzt hat er hat sich auch aufgedreht so ist es nicht aber ist halt schon ein ganz schöner leihau gewesen also ganz schön träge veranstaltung nichtsdestotrotz das negative szenario bestand ja darin dass er sich auf die 650 zurückfallen lässt von dort wieder ansteigt das fehlt jetzt halt ne und können damit eigentlich gut das mittwochsprogramm bedienen das heißt wenn er sich mühe gibt sich über 650 hier gehalten und verteidigt bekommt stünde es ihm locker zu das gäbe zum montag zu schließen und auch so richtung 28 mal anzustechen und zu stochern hier gerade so 16 816 820 wäre eigentlich eine schöne station um da noch mal so rein zu kegeln da müssen wir gucken wie man sich dann weiterentwickelt ob man dann auch den sprung drüber schafft sich darüber etabliert bekommt und die obere channel kanne geht oder von dort nochmal nach unten wegdreht ansonsten wäre hier auch noch eine idee wenn er auch zum mittwoch jetzt wieder schwach reinkommt ähnlich wie das jetzt am dienstag war dass er dann vielleicht hier ist also 12 zack 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 runter und dann von hier noch mal probiert irgendwie anzulaufen sowas könnte auch ein passen ja dann würde den fall jetzt aber aus dem gibt musst du uns so viel erklären kommt viel rückfragen zu haben wäre aber auch eine option ja also sollte zum mittwochen geschwächer reinkommen lassen wir ein bisschen platz bis zum channel alles was dann unterhalb vom channel geht oder unterhalb vom channel ist wenn er hier wieder rausgeht auch per stundenschluss wirklich rausgeht auf dem channel wäre dann sehr negativ zu werten und würde eine abwärts trend fortsetzung oder umkehr fortsetzung nach unten bestätigen wir haben ja nach wie vor hier eine umkehr kerze bekommen auf wochenebene durch diese nummer wir haben die durch diese kerze sogar noch bestätigt bekommen ja und würde der jetzt hier wieder aus dem channel unten raus wandern wäre das innerhalb der woche nur ein kleiner rücklauf auf das bestätigte umkehrsignal was dann hier unten wieder greifen würde und unser tags dann durchaus wieder richtung 2 60 drücken kann also da wirklich ein bisschen genauer aufpassen wenn sie jetzt doch noch richtig zerlegt wenn ich dass er dann da im seitwärts trott irgendwie gedanklich noch festhängt und der fände dann hier unten an völlig die trendbewegung raus zu zaubern da sollte man ein bisschen aufmerksam bleiben ja also unterhalb von der channel kante würde ich ihr risiko nach unten einplanen ansonsten wie gesagt beim schwachen start die kant hier noch mal einplan er aber würde ich damit rechnen dass wir einfach das was wir gestern besprochen haben als negativ sind nachher nämlich einmal auf 650 runter und wieder zurück dass er das einfach jetzt bedient und sich zum mittwoch jetzt hier wieder hoch handelt gibt zu macht und man einen satz drüber setzt ja das wäre so meine erwartung für den mittwoch guck mal wie sich anstellt was daraus macht und wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss